Der Buffett-Indikator droht eine Marktkorrektur und welche drei Sparplan-Aktien es dieses Jahr in meinen Sparplan geschafft haben. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und im Jahr 2020 wartet natürlich wieder jede Menge Content hier auf diesem Kanal auf euch. Und wir beginnen heute gleich mal mit einer richtig spannenden Analyse zum Buffett-Indikator und dem aktuellen Marktgeschehen. Das hatte ich ja auch in einem Podcast bereits aufgegriffen und dann werde ich euch natürlich noch verraten, welche drei Aktien ich analysiert habe, die jetzt sparplanfähig sind, die ich mir in meinen ganz normalen Sparplan mit einfüge. Warum oder in welchem Kontext entsteht dieses Video? Nun ja, ich habe ja ein öffentliches Depot, das steht jetzt aktuell bei 211.000 Euro an Kapital. Und letztes Jahr war eine sehr, sehr, sehr gute Rendite. Ich kann das Jahresfazit hier nochmal für euch kurz abbilden. Wir sehen hier eine Rendite von ca. 35%, was mich natürlich sehr gefreut hat. Aber wenn man sich natürlich auch einzelne Positionen in diesem Depot anschaut, wir gehen jetzt mal zum Beispiel hier auf die Vermögensaufstellung, dann sieht man hier, dass manche Aktien wie beispielsweise Alphabet mit 36.000 Euro Kapital oder auch Facebook mit 27.000 Euro Kapital, Take-Two mit 22.000 Euro Kapital natürlich schon einen großen Anteil des Depots ausmachen und das im Kontext des Buffett-Indikators natürlich immer auch brenzlig ist. Gerade für Leute, die sich mit aktivem Investieren auch beschäftigen. Für die möchte ich jetzt mal diesen Buffett-Indikator erklären. Buffett setzt einfach die gesamte Wirtschaftsleistung eines Landes ins Verhältnis zum marktkapitalisierten Index der größten Aktien. Also das ist hier in den USA beispielsweise nicht der S&P 500, sondern dieser Wilshire 5000 Index, der die 5000 größten Unternehmen enthält. Und wie man hier sehen kann, ist aktuell das Wachstum von diesen 5000 großen Unternehmen an der Börse größer und schneller als das Wachstum der eigentlichen Wirtschaft. Und Buffett sagt, immer wenn dieses Verhältnis von diesem Wachstum der Unternehmen an der Börse, und damit ist jetzt nicht Gewinnwachstum gemeint, sondern das Wachstum der Kurse, wenn das halt eben über eine gewisse Schwelle des eigentlichen Wirtschaftswachstums, der eigentlichen Wirtschaftsleistung des Landes hinausgeht, dann wird es brenzlig. Okay? Und wir sehen hier, dass aktuell der Wert bei 153% liegt. Und wenn wir hier mal runterscrollen, dann sehen wir, dass das, also ein Verhältnis von über 115%, laut Buffett schon eine starke Überbewertung bedeutet. Und aktuell ist er sogar bei 153%. Und das bedeutet natürlich nichts anderes, als, dass auch Buffett nicht weiß, wann die Märkte korrigieren oder ob es einen Crash gibt, aber, dass er natürlich immer mehr Cash aufbaut auf seinem Konto. Das bedeutet, Berkshire Hathaway hat enorme Cash-Positionen, immer mehr, ja, Dollars wandern dort eigentlich nur in kurzlaufende Anleihen und so weiter. Und er macht sich also immer mehr Gedanken, wenn er andere Unternehmen kaufen will, weil einfach die Preise immer teurer werden. Und das bedeutet eben für Einzelaktieninvestoren, dass man sich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigen sollte. Und da kommt natürlich immer dann für die etwas, ja, sag ich mal, fauleren Leute oder die Leute, die einfach nicht so viel Zeit an der Börse haben, weil sie einfach mit ihrem Beruf mehr zu tun haben oder weil sie viele andere Sachen tun, dass sie über Sparpläne eben dieses Thema relativ gut umgehen können. Gerade wenn man neu einen Sparplan einrichtet, dann kauft man einfach die Aktien, egal wie sie gerade laufen. Egal ob hoch oder runter, jeden Monat oder jedes Quartal wird eine gewisse Menge an Geld einfach in diese Aktie investiert. Und neben diesem Depot, was ich hier ja auch immer mit euch zeige, wo ich auch einzelne Aktien vorstelle und analysiere, die nächste Aktie übrigens, die wir am Sonntag analysieren werden, ist 3M. Da kommt am Sonntag ein Video für euch über 3M. Habe ich natürlich auch noch private Sparpläne, wo ich eine andere Strategie verfolge. In meinem privaten Sparplan ist zum Beispiel kein CD-Projekt oder kein Mineric enthalten, weil in meinem Sparplan, der dient einfach der Altersvorsorge. Da möchte ich möglichst wenige Risiken eingehen und da nehme ich auch geringere Renditen dafür in Kauf. Und deswegen habe ich 3 neue Aktien in meinen Sparplan eingefügt und die möchte ich euch heute mal kurz vorstellen. Denn die Comdirect Bank, mit der ich ja auch selber zusammenarbeite, die hat ihre Anzahl an sparplanfähigen Aktien richtig schön erhöht. Jetzt in den letzten Wochen, das haben vielleicht einige von euch noch gar nicht mitbekommen und einige von euch fragen mich auch immer, wie man das sehen kann. Also wo finde ich die sparplanfähigen Aktien? Nun ja, wenn man hier auf diesen Informer klickt, dann auf Aktienfinder, dann sehe ich hier direkt in diesem Menü diese Option Sparplan. Und dann haben wir hier Anzahl 275 sparplanfähige Aktien. Das sind also weitaus mehr, als es noch vor einer gewissen Zeit gab. Sparplanfähig bedeutet einfach, dass wir diese anteilig jeden Monat mittels Sparplan kaufen können. So, wenn du noch gar nicht weißt, wie man so einen Sparplan einrichtet und so weiter, check einfach mal das Video, was ich dir unter diesem Video verlinkt habe. Das will ich jetzt hier nicht nochmal alles durchkauen, denn das dauert sonst einfach zu lange. Aber bleib unbedingt noch auch an diesem Video mit dran, denn am Ende habe ich noch ein kleines Special, einen kleinen Leckerbissen hier für dich am Anfang des Jahres bereitgestellt. Ja, und bevor ich jetzt auf die drei Aktien eingehe, noch ein anderer Hinweis. Es gibt also nicht nur diese 275 neue Aktien im Sparplan insgesamt, sondern es gibt auch eine neue Aktion. Und zwar, es gibt insgesamt 135 ETFs auch, die man aktuell ohne Gebühren besparen kann. Für gewöhnlich ist ja in einem Aktiensparplan 1,5% Gebühr beim Kauf abzudrücken und bei ETFs genauso. Aber es gibt immer wieder Aktionen, wie eben auch jetzt, wo diese ETFs zumindest jetzt aktuell ohne diese 1,5% Gebühr bespart werden können. Auch hier unter dem Video erstelle ich euch nochmal eine Liste, beziehungsweise gebe ich euch den Link, wo ihr die einzelnen ETFs anschauen könnt. Ich habe gerade schon mal durchgeschaut. Leider gibt es keinen ETF, den ich aktuell großartig besitze, den ich hier weiterhin kostenlos besparen könnte, weswegen ich auch im Jahr 2020 keine weiteren ETFs bespare. Ich habe zwar jede Menge noch in meinem Depot, aber aufgrund der steuerlichen Thematik sind ETFs aktuell für mich, was Sparpläne angeht, nicht so lukrativ und interessant. Es gibt hier aber auch einige, also von ComStage leider oder von iShares gab es jetzt keine MSCI World oder MSCI Emerging Markets ETFs, die man hier mit 0% aktuell besparen kann. Aber es gibt beispielsweise einen von Lixir, das ist hier der Nasdaq 100 ETF. Also für alle Leute, die zum Beispiel in den Nasdaq gerne investieren, die könnten sich zum Beispiel mal diesen ETF hier anschauen. Der hat eine Tracking Difference von 0,27, ist also etwas günstiger, als die eigentlichen Kosten es suggerieren und das seit 2009. Und wenn du jetzt zum Beispiel in den Nasdaq investieren willst, also in die Technologieaktien aus den USA größtenteils, dann kannst du das eben aktuell bei der ComDirect kostenlos tun. Du musst also natürlich nur die Summe, die du festlegst, 50 Euro, 100 Euro oder wie auch immer, wie viel du investieren willst und kannst das ohne die folgenden 1,5% Gebühren dann eben so lange, wie die Aktion gilt, tun. In der Regel gilt sie wahrscheinlich bis Ende des Jahres, aber das weiß man natürlich nie genau. Aber jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Aktien an. Alle Aktien, die ich hier jetzt gleich zeige, sind ab jetzt auch zu 100% bei der ComDirect besparbar. Die erste Aktie ist Booking Holdings. Die zweite Aktie ist, nein, nicht Yum Brands, dazu sage ich aber gleich noch was. Die zweite Aktie ist nämlich Danaher oder Danaher oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Danaher sage ich jetzt einfach mal. Her sagt man ja sie. Ja, Her, also Danaher. Und das ist die zweite Aktie, die ich ausgewählt habe in meinem Sparplan und diese ersetzt sogar meine geliebte Berkshire Hathaway Aktie, die mit Abstand die größte Position in meinem Einzelaktien privaten Depot darstellt, über viele, viele Jahre ich angespart und immer wieder auch mit Einzelaktien gekauft habe. Und Danaher ersetzt jetzt so Berkshire Hathaway im Sparplan. Freut mich riesig, dass man die jetzt hier auch im Sparplan drin haben kann. Und als letzte Option haben wir hier Mastercard, die neue Sparplanaktie bei Aktien mit Kopf. Visa habe ich auch zusammen natürlich parallel mit Mastercard mir ein bisschen angeschaut, aber leider ist Visa aktuell noch nicht im Sparplan zur Verfügung. Deswegen habe ich mir hier Mastercard ausgesucht. Diese drei Aktien sind es geworden. Nun ja, wir haben hier also einfach zusätzlich zu den üblichen Aktien, die ich jetzt bereits in meinen Depots habe, einfach weitere Diversifikation. Das heißt für die Zukunft, ich will mein Geld garantiert nicht in irgendwelche Lebensversicherungen und auch nicht in Riester-Renten und garantiert auch nicht in die gesetzliche Rente investieren, denn dort verspreche ich mir herzlich wenig an Rendite. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland auf irgendeine absehbare Zeit mal einen Staatsfonds ähnlich irgendwie des Staatsfonds in Norwegen oder so aufsetzen wird, der dann auch effizient gemanagt wird, wie es dort geschieht. Ja, man kann sich halt diese Entwicklung dieses Staatsfonds in Norwegen angucken. Es ist ja wirklich phänomenal, was die dort für Renditen für die norwegischen Bürger erzielen. Aber ich nehme mein Geld eben doch lieber selber in die Hand und investiere es selber und möchte hier für meine Altersvorsorge natürlich maximale Diversifikation und so durch auch Sicherheit erreichen. Und das habe ich eben durch solches Unternehmen wie Mastercard, von dem ich bisher eben keine Aktien in meinem privaten Depot habe und deswegen habe ich sie hier mit eingebaut. Was ist mir eigentlich so das Wichtigste bei einer Sparplanaktie? Einfach die Qualität der Bilanz, die Qualität der einzelnen Renditen. Also wir haben hier die Return on Capital, Return on Equity, also die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital, die Rendite auf das Gesamtkapital und wenn man sich hier anschaut, sowohl die EBIT-Marge als auch die Netto-Marge, dann sieht man hier allein auf den ersten Blick einen großen Burggraben, den Mastercard hier sich aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten. Des Weiteren ist das Unternehmen aber noch lange nicht mit seinem Wachstum fertig. Wir sehen also hier jetzt hier das durchschnittliche Wachstum des Umsatzes in den letzten fünf Jahren betrug über 12 Prozent. Das Gewinnwachstum pro Aktie sogar bei 17 Prozent. Häufig wird sowas dann durch Aktienrückkäufe natürlich auch erzielt, aber die Dividende ist gleichzeitig auch noch mit angewachsen und das ist natürlich eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass das Fremdkapital in den letzten fünf Jahren auch ziemlich stark gewachsen ist. Man sieht jetzt hier beispielsweise in der Entwicklung der wichtigen Bilanzgrößen, dass die Verschuldungsquote hier in den letzten Jahren von erster Card ein bisschen angewachsen ist. Ja, sie haben es natürlich auch geschafft, hier schön den Umsatz und den Gewinn zu steigern, wie man hier sieht, aber ich muss auch sagen, Visa gefällt mir deswegen auch noch ein ganz bisschen besser, weil auch sie schaffen es, Umsatz und Gewinn schön stark anwachsen zu lassen, aber bei einer gleichbleibenden Verschuldungsquote. Also die Verschuldungsquote beispielsweise von Visa ist jetzt hier in den letzten Jahren nicht so stark gewachsen wie jetzt zum Beispiel die von Mastercard. Und allgemein, ihr kennt ja vielleicht auch den Piotrowski-Score, diesen Piotrowski-Score, der sich insgesamt acht verschiedene oder sogar neun verschiedene Kennzahlen herausgreift und diese zum Vorjahr vergleicht, ob diese besser werden. Zum Beispiel die Kapitalrendite ist bei Visa jetzt gestiegen, bei Mastercard aber ist diese auch gestiegen, aber eben Liquidität zum Beispiel ist gesunken und auch die Bruttomarge ist hier bei Mastercard nicht besser geworden. Deswegen gab es hier insgesamt nur sieben von neun Punkten, was auf jeden Fall trotzdem aber auf ein grundsolides Unternehmen schließen lässt. Und das ist mir eben das Wichtigste bei Sparplanaktien. Ich brauche hier nicht unbedingt die beste Rendite in den nächsten Jahren. Ich brauche jetzt nicht jedes Jahr 20% Rendite erzielen oder so, aber auf die Dauer einfach einen durch alle Konjunkturzyklen hinweg immer wieder steigenden Umsatz und operativen sowie dann auch Nettogewinn. Das ist das, was ich von meinen Sparplanaktien haben will, wo man auch eine gewisse Historie erkennen kann, dass diese Unternehmen einfach über längere Zeit solide und gut gemanagt sind und man eben auch natürlich, das ist klar, bei jedem Crash wird natürlich auch eine Mastercard und eine Visa stark fallen, aber dort durch diesen Crash hindurch kann ich eben mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem auf meine Dividenden setzen und trotzdem auch relativ sicher sein, dass nach dem Crash dieses Unternehmen weiter existieren wird, weil es eben so einen hohen Burggraben hat und auch dann mir auf Dauer wieder weitere Renditen erzielen wird. Das ist also eher bei Unternehmen, die stark verschuldet sind, die noch keine wirklichen Umsätze erzielen oder keine Gewinne erzielen. Das ist natürlich dann bei solchen Unternehmen viel spekulativer. Es gibt natürlich auch hier im Sparplan einige solcher Aktien, die würde ich aber keinem Privatanleger empfehlen, in den Sparplan einzukaufen. Erst recht nicht solche Aktien wie beispielsweise Steinhoff. Es ist natürlich interessant, solche Aktien bei den einzelnen Brokern werden natürlich immer dann sparplanfähig gemacht, wenn eine gewisse Nachfrage nach diesen Aktien besteht. Aber solche Aktien wie beispielsweise Steinhoff, die würde ich mir im Traum niemals in einen Sparplan reinlegen. Einfach eine höchstgradig spekulative Aktie. Ich habe auch eigentlich keine Ahnung. Ich habe ja schon vor ein oder zwei Jahren diese Aktie mal analysiert und auch besprochen bei YouTube. Ich habe keine Ahnung, wie eigentlich jemand, der halbwegs geradeaus denken kann, immer noch diese Aktie bespart oder immer noch in seinem Depot hält. Ich weiß es einfach nicht, aber manche Leute, die haben halt einfach Lust, etwas mehr Risiko vielleicht auch im Sparplan einzugehen. Aber egal. Kommen wir dann zur nächsten Aktie. Also neben Mastercards ist das hier Booking Holdings geworden. Booking.com kennt vielleicht jeder von euch, der schon einmal einen Urlaub online gebaut hat. Aber Booking Holdings hat, das kann man hier auch lesen, neben Booking.com auch weitere Online-Plattformen wie beispielsweise Agoda oder auch Travel Jigsaw und erfinden auch immer wieder neue, interessante, innovativen Produkte. Zum Beispiel das Name-Your-Own-Price-Prinzip. Das ist im Endeffekt eine Art Auktion. Das bedeutet, du gibst zum Beispiel an, ich möchte gerne in Kreta Urlaub machen für XY-Tage im August, aber ich bin nur bereit, so und so viel Geld zu zahlen. Dann stellst du im Endeffekt dieses Angebot online und dann können andere Hotels wiederum darauf zugreifen und können sich dieses Angebot anschauen und können eben dann ihr Angebot angeben und schauen, ob Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Und Booking Holdings ist definitiv einer der weltweit größten Online-Anbieter von Urlauben, aber natürlich auch von Pauschalreisen, von Kreuzfahrten und profitieren durch den wachsenden Tourismus weltweit. Der Börsenwert beträgt insgesamt 85 Milliarden Dollar. Dieses Unternehmen gibt es auch nicht erst irgendwie seit zwei, drei Jahren, wie man irgendwie denken kann. Nein, dieses Unternehmen gibt es bereits seit, ich glaube, Anfang der 80er Jahren. Und sie haben auch eine sehr, sehr, sehr verlässliche Historie. Das heißt, man sieht hier, der Umsatz ist in den letzten 15 Jahren geradezu explodiert. Richtig, richtig stark gestiegen. Der Gewinn, also wer sozusagen frühzeitig in diese Aktie investiert hat, die damals noch Priceline Group hieß, der hat auf jeden Fall eine richtig gute Rendite mit nach Hause genommen. Der Piotrowski F-Score ist auch richtig solide. Das gefällt mir natürlich auch richtig gut. Das Wachstum ist zwar jetzt hier, wie man sieht, nicht ganz so hoch, auch anzunehmen wie jetzt zum Beispiel bei anderen Unternehmen, aber wenn man sich anschaut, dass das Unternehmen in den letzten fünf Jahren einen durchschnittlichen Umsatzwachstum von 16,24 Prozent hatte und dann noch einen Gewinn pro Aktienwachstum von 17,78 Prozent, bei dieser Bilanzqualität, dann bin ich auf jeden Fall bereit, diese Aktie hier in meinen Sparplan zu setzen, wenn ich bedenke, dass ich im Bereich Touristik einfach bisher noch nicht wirklich großartige Aktien in meinem Einzelaktiendepot bei der Comdirect habe. Klar, es sind natürlich auch solche Aktien wie Ryanair dort mit drin oder auch Sixt, die natürlich auch indirekt von diesem Tourismusmarkt profitieren, wenn dieser wächst, aber ein Unternehmen, welches wirklich diesen gesamten Online-Markt bedient, das habe ich bisher noch nicht. Es gibt ja auch spekulativere Aktien aus Deutschland in diesem Bereich, zum Beispiel HolidayCheck und andere, die ich ja auch mal schon im Video besprochen habe, aber wie gesagt, solche Aktien, wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel kurz schauen, HolidayCheck, das ist natürlich ein Unternehmen, ja, welches weitaus kleiner, weitaus weniger diversifiziert ist, als beispielsweise jetzt eine, eine Booking Holdings und wenn wir jetzt mal HolidayCheck hier noch eingeben, so, dann werdet ihr auch hier sehen, ja, also der Börsenwert ist natürlich nur mini, mini, minimal im Vergleich zu Booking.com, aber schaut euch mal hier die Rentabilitätskennzahlen an, die sind viel schlechter als beispielsweise die von Booking Holdings, obwohl dieses Unternehmen so viel kleiner ist und deswegen eigentlich so viel schneller wachsen könnte. Umsatzwachstum ist nicht wirklich vorhanden, Gewinnwachstum der letzten fünf Jahre ist negativ, das ist also nicht ein Unternehmen, welches man unbedingt hier in den Sparplan einsetzen kann. Aktuell ist der Piotrowski F-Scored zwar auf 7,9, das heißt, die aktuelle Bilanzqualität ist zwar halbwegs okay, aber, ja, wie gesagt, bei solchen Umsatzwachstumszielen ist es einfach nicht so verlässlich, nicht so gut planbar, wie beispielsweise die Aktie von Booking Holdings. Aber natürlich kann man, wenn man jetzt beispielsweise mehr Geld setzen würde auf HolidayCheck und dieses Unternehmen besonders gut analysiert hat und glaubt, dass dieses Unternehmen in einer Nische besonders durchstarten wird, vielleicht auch mehr Rendite in den nächsten Jahren mit HolidayCheck investieren. Man muss halt immer gucken, welche Strategie mache ich, will ich investieren oder will ich auch spekulativer hier mal mit einer Strategie rangehen, und das ist immer das Erste, was ich wissen muss. Und wie gesagt, im Sparplan hat HolidayCheck bei mir nichts verloren. Genauso wenig übrigens wie Yum Brands. Ja, der Jonathan von Alle Aktien hat ja neulich erst eine Analyse, richtig umfassend, von Yum Brands erstellt und er war ja ziemlich positiv gestimmt, was Yum Brands betrifft. Ich muss allerdings sagen, dass die aktuelle Bewertung von Yum Brands mir etwas zu hoch ist im Vergleich zu dem, was ich dort dann eben als Sparplanqualität bekomme. Wenn man auch bedenkt, dass einfach hier solche Zahlen wie Verschuldungsquoten und so weiter stark anwachsen, dass der Prijotrowski F-Score nicht mehr wirklich im sehr soliden Bereich liegt, wie jetzt zum Beispiel noch bei Mastercard oder auch der Umsatz in den letzten Jahren zurückgegangen ist, wobei das natürlich ähnlich wie bei McDonalds auch immer wieder damit zusammenhängen kann, dass gewisse Franchise-Modelle umgestellt werden. Das heißt, man kann jetzt hier nicht direkt von, kann ich euch sogar wahrscheinlich sagen, dass von 2015 auf 2016 auf irgendeine Art und Weise eine Umstrukturierung stattgefunden hat, wo man Franchise-Systeme gewechselt hat, so dass hier dann auf einmal der Umsatz so schlagartig geschrumpft ist. Das ist jetzt noch nicht pauschal immer ein schlechtes Zeichen gleich, vor allem wenn man auch sieht, dass der operative Gewinn trotzdem weiterhin Tendenz nach oben zeigt. Aber dennoch ist jetzt Yum Brands, was Verschuldungsquoten und so weiter angeht, für mich aktuell kein Investment für einen Sparplan. Für andere Investoren mag das anders sein, genau wie den Jonathan, für mich einfach nicht. Dafür habe ich eine andere, dritte Aktion, die habe ich euch für den Schluss aufgehoben, denn das ist ein richtiger Leckerbissen und zwar, wie gesagt, Danaher. Und Danaher ist ein Unternehmen, welches ähnlich wie Berkshire Hathaway andere Firmen aufkauft. Insgesamt hat Danaher über 400 andere Unternehmen aufgekauft und da kann man jetzt nicht sagen, sie spezialisieren sich auf einen bestimmten Sektor, was jetzt irgendwie Produktion angeht, da sind Unternehmen dabei, aber es gibt auch andere Unternehmen wie Energieunternehmen in dem Portfolio von Danaher. Die sind wirklich sehr gut diversifiziert über die gesamte Wirtschaft, natürlich primär in den USA, ähnlich auch wie Berkshire, aber bei Danaher kann man auch deutlich erkennen, dass sie einen starken Europa-Fokus auch aufbauen und immer wieder auch deutsche Unternehmen und andere europäische Unternehmen in ihr großes Konglomerat einbauen lassen und das machen sie mit einer gnadenlos genialen kapitalistischen Effizienz. Das heißt, sie kaufen sich natürlich Unternehmen ein, die hervorragend gemanagt sind, die in ihrer bestimmten Nische sehr gut positioniert sind. Das müssen auch gar nicht unbedingt alles börsennotierte Unternehmen sein, aber der Fokus liegt doch insgesamt bei B2B-Unternehmen. Also sie haben wenig Unternehmen, die jetzt im B2C-Sektor direkt die Endverbraucher bewegen, sondern häufig Unternehmen, die andere Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen versorgen und das machen sie, wie gesagt, mit einer gnadenlosen Effizienz. Schon seit vielen, vielen Jahren schaffen sie es auch, dass sie den S&P 500 schlagen, ihren Vergleichsindex und wenn man sich jetzt hier die Bilanzkennzahlen und so weiter anschaut, dann sieht man hier, okay, dass Danaher ein absolut positiv gestelltes Unternehmen ist. Der Umsatz, wie man sehen kann, in den letzten Jahren ist allerdings nicht ganz so stark gestiegen, wie ich es mir von einer Sparplanaktie erhoffe. Man sieht also hier sogar, dass es etwas stagnierenden Umsatz gibt, aber wenn wir uns den Gewinn anschauen, beziehungsweise auch den Nettogewinn, dann sehen wir, es ist planbar genug, als dass man sich diese Aktie in den Sparplan legen kann. Einziger Punkt ist eben, wenn man sich jetzt hier anschaut, deswegen habe ich das Ganze hier auch nochmal aufgerufen, die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre im Vergleich zum Wachstum des Umsatzes und des Gewinns ist mir aktuell zu hoch, um diese Aktie jetzt an einem größeren Einzelaktienkauf, also um jetzt irgendwie 15, 20 oder sogar 30.000 Euro hier zu investieren, ist mir aktuell die Bewertung zu hoch und genau deswegen ist es einfach perfekt für meinen Sparplan. Ich beobachte leider diesen Anstieg jetzt hier schon seit Mitte 2017 und ihr kennt das vielleicht von Amazon oder anderen Aktien, eigentlich ist sie immer zu teuer und man hockt auf der Seitenlinie und wird schon zum Skelett langsam und ja, leider kauft man sie nie. Aber trotzdem muss man diszipliniert bleiben und sich seine Kriterien hier setzen. Danaher zum Glück jetzt besparbar und das löst für mich einfach dieses Problem, dass ich diese Aktie auch in einem Crash halt einfach günstig weiter aufkaufen kann und jetzt nicht so stark analysieren muss, weil ich einfach nicht so viel Kapital jetzt auf einmal in dieses Unternehmen investiere. Und das ist übrigens auch eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht in den letzten Jahren, dass ich eben viele, viele einzelne Aktien nach und nach in diesen Sparplan reinhole und dann über die Jahre natürlich auch mehr und mehr analysiere und mehr beobachte und dann immer mal wieder eine Aktie rausfliegt oder eine Aktie, von der ich dann so überzeugt bin, wie zum Beispiel dann eine Netflix oder eine Apple oder was auch immer, ich dann auch mal mit einer großen Position in einem anderen Depot mit einer anderen Strategie einkaufe. Ja, und ich hatte ja noch gesagt, jetzt gibt es noch ein Leckerbissen für euch zum Schluss und zwar könnt ihr, wenn ihr euch jetzt bei der Comdirect ein Depot einrichten wollt, weil ihr vielleicht noch kein Aktiendepot habt, dann könnt ihr das jetzt tun, denn ihr habt eine Sonderaktion aktuell bei Aktien mit Kopf, nämlich bis zum 13.01.2020 bekommt ihr, wenn ihr das Depot hier eröffnet, einfach auf jetzt Depot eröffnen klicken, kann man auch mittlerweile mit Videoident und so weiter machen, dann bekommt ihr nicht nur die 10 Free Trades, die ihr von mir immer geschenkt bekommt, das heißt ihr könnt hier an deutschen Börsen 10 mal Aktien ohne Ordergebühr der Comdirect kaufen, sondern ihr bekommt auch noch zusätzlich 30 Euro an Startguthaben gutgeschrieben und von diesen 30 Euro Startguthaben könnt ihr dann zum Beispiel auch euren ersten Werbpapiersparplan einrichten, wenn ihr einzelne Aktien haben wollt und dann müsst ihr, ja, wenn ihr dann die einzelnen Aktien bespart, dann erstmal eine Weile keine Gebühren zahlen indirekt, weil ihr natürlich dieses Startguthaben habt. Ja, das gibt es noch bei Depot-Einrichtungen bis zum 13.01. Danach fällen diese Aktionen wieder weg und ihr bekommt weiterhin nur die 10 Free Trades. Also wenn ihr gerade am überlegen seid, dann solltet ihr das natürlich hiermit berücksichtigen. Ja, und ansonsten war es das erstmal für das erste Video. Viele Leute werden natürlich jetzt auch fragen, was ist das hier für eine Seite, die ich benutze? Das ist der Aktienterminal von Traderfox, finde ich richtig hervorragend. Falls euch das interessiert, dann schaut einfach mal selber nach. Die haben hier echt ein richtig, richtig coole Angebot, was das betrifft. Diese ist allerdings auch kostenpflichtig, hat aber den Vorteil, dass es halt einfach in extrem, wie ihr sehen könnt, weite Vergangenheit zurückgeht und man einfach in eine Datenqualität hat, die man bei vielen kostenlosen Seiten einfach nicht bekommt. So, soviel zum ersten Video. Ich bin gespannt, wie ihr euren Sparplan umstellt. Lasst mir mal gerne einen Kommentar da oder sagt auch gerne eure Meinung zu den einzelnen Unternehmen, die ich hier vorgestellt habe und dann sehen wir uns schon am Sonntag zum Aktienanalyse-Video von 3M. Rationale Grüße, ciao, ciao.